Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es geht zum Wasserstuhl bei Gelsenbach. Die Ecke haben wir angeschaut. 20,61 bei Gelsenbach. 20,61. 25,27,28,29,29,29. 8,61,31,29,30,37. Glauben Sie das! Glauben Sie das! Glauben Sie das! Jetzt, 9 Sekunden gearbeitet! Wunderbar! 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 20,23! Wunderbar! Wunderbar! 24,23! Wunderbar! 20,23! 20,23! 20,23! 20,23! 20,23! 20,23! 20,23! Achtung! Es erfolgt der Angriff für Wind! Randobjekt geradeaus! Wassfeldnamestellung der Barsch! Der Taylor nach zwei Behrlingen! Eingestrukt nicht Zubringleistung! Mit je zwei Kliniken, erstes und zweites Uhr, vor! Achtung! Es erfolgt der Eingriffsbefehl! Achtung! Rantoflick geradeaus! Was soll entnahmestellend der Park? Verteiler nach zwei B-Längen! Eingestruck, nicht Zugengerechtung! Mit je zwei B-Längen, erstes und zweites Uhr, vor! So! Auf Ihrer linken Seite, Bahn 1! Sie wollen das machen, der Plan wird gebrochen! Auf Bahn 0, 2! Der Nitz war! Achtung! Achtung! Ihr habt das Recht, der Land! Leider nach drin! Wer ist denn da raus? 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 Hier bei Schuhe, sie sind sich nicht zu then! 20, 43, 43, 43, 43! Und heute, nachs screwengerecht! Achtung! Es erfolgt der Eingriffsbefehl! Rantobjekt geradeaus, Massentnahmestelle der Part, Verteiler nach 2. Längen, Eingriffstück nicht zuverhältn, mit je 2. Längen 1. und 2. Ruhr fort. So, ein bisschen zur Pfanne, große Hauptbahn 2, die ersten 2 sind verlegt. Der Kopf hat gesetzt, er steht zum zweiten Problem, größeren Problem und so nachgepuppelt in der nächsten Zeit, es kommt 1926. Achtung, es erfolgt der Eingriffsbefehl. Brandobjekt geradeaus, Massfeld-Nahmestelle gepasst. Batella macht zwei Schillingen. Eingriffsgruppe nicht zufrieden. Mit jedem Schillingen erstes und fertes Ruhe vor. So, Vollraum hat ja eine Zeit von 34.22 Uhr. Die 입니다 Schillingen, die 1936 eviden duyst. Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017